Und um Semikolon-Berlastung Eine Sehnenscheidenentzündung kann sehr schmerzhaft sein. Sie tritt am häufigsten im Bereich der Handgelenke auf. Mit den richtigen Maßnahmen können Sie die Entzündung behandeln und Rückfällen vorbeugen. Gerade wenn Sie beim Sport oder im Beruf bestimmte Bereiche Ihres Körpers monoton stark belasten, haben Sie ein erhöhtes Risiko, eine derartigen nicht infektiöse Entzündung zu bekommen. Eine besonders gefährliche Sportart ist beispielsweise der Skilanglauf. Zu den gefährdeten Berufsgruppen zählen Büroangestellte bzw. Schreibkräfte, Friseure, Physiotherapeuten, Maler, Lackierer und auch Monteure, da hier vor allem die Handgelenke stark beansprucht werden. Doch auch bakterielle Entzündungen können bei Ihnen zu einer schmerzhaften Infektion der Sehnenscheiden führen. Sogenannte Staphylokokken und Streptokokken sind dabei die häufigsten Erreger. Eine akute Entzündung Ihrer Sehnenscheiden erkennen Sie durch heftige Druckschmerzen im Bereich der jeweiligen Sehnen und Muskeln. Die betroffenen Arel sind warm bis heiß und zusätzlich gerötet. Leiden Sie an einer besonders schweren Entzündung, treten auch im Ruhezustand Schmerzen auf, die Sie ohne Behandlung kaum lindern können. Auch chronische Verläufe einer solchen Entzündung sind bekannt. Dabei besteht die Möglichkeit, dass sich dicke Knoten an den entzündeten Sehnen bilden, die Sie oft sogar erdasten können. Auch knirschende Geräusche der entzündeten Körperpartie sind ein Begleitsymptom einer chronischen Sehnenscheidenentzündung. Verursacht Ihnen eine Sehnenscheidenentzündung starke Schmerzen, sollten Sie die entzündete Körperpartie unbedingt schonen, am besten ruhig stellen. Verwenden Sie entzündungshemmende Seiben und legen Sie einen Stützverband an, diese wirken der Entzündung entgegen und entlasten Ihre Sehnen. Ihr Orthopäde kann auch entzündungshemmende Medikamente verschreiben. In schlimmeren Fällen sollten Sie eine Ergotherapie in Anspruch nehmen. Sind die Beschwerden hingegen chronisch, kann Ihnen Ihr Arzt ein lokales Schmerzmitte direkt in den entzündeten Bereich spritzen, um die Beschwerden zu lindern. Einen ähnlichen, wenn auch schwächeren Effekt erzielt eine Wärmebehandlung der betroffenen Stelle. Bei einer akuten Entzündung hingegen ist Wärme nicht vorteilhaft, hier empfehlen sich eher kühlende Kompressen. Ist Ihre Sehnenscheidenentzündung besonders ausgeprägt und lässt sich mit herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht therapieren, kann ein operativer Eingriff nötig werden. Dabei werden die Sehnenscheiden gedimmt oder gespalten, um so wieder ein schmerzfreies Bewegen der Sehne zu ermöglichen. Möchten Sie der Erkrankung zukünftig vorbeugen, hilft Ihnen nur die Entlastung der betroffenen Sehnen und Muskeln. Darüber hinaus sollten Sie mit Aufwärmübungen und gezieltem Muskeltraining den gefährdeten Bereich stärken und so einer erneuten Entzündung vorbeugen. E. I. J. R.